Nur ganz, ganz kurz zu mir. Mein Hintergrund, damit es auch von vornherein klar ist. Ich bin also Historiker, habe mich jahrelang schon mit dem Phänomen Verschwörungstheorien beschäftigt und mittlerweile dann als auch Professor für Geschichtsdidaktik an der Pädagogischen Hochschule Tirol, wo wir auch sehr stark daran arbeiten, gerade an dem Aufbau von politischer Bildung. Vor dem Hintergrund, was kann man mit Verschwörungstheorien alles in diesem Bereich machen? Wo muss man mit ihnen umgehen lernen? Und so weiter und so fort. Gut, dann steigen wir in den Vortrag ein. Verschwörungstheorien sind in dieser Krisenzeit nun zu einem sehr sichtbaren Problem oder Phänomen geworden. Ob das jetzt in Deutschland ist, ob das in Österreich ist, ob das in Frankreich ist, in den USA ist. Wir haben irgendwo das Gefühl, es ist ein globales Phänomen, das sich ähnlich verbreitet wie das Coronavirus selbst. Wenn man dann genauer hinschaut, hat Bruno Ladour schon vor vielen Jahren einmal geschrieben. Und das ist mit einer der wichtigsten Botschaften, die wir einfach haben. Der hat sich ganz stark auseinandergesetzt in einem Buch mit Kritik, warum Kritik mittlerweile irgendwo nicht mehr so ganz funktioniert und kommt hier auf Verschwörungstheorien zu sprechen. Und ich zitiere ihn. Jetzt dürfen wir uns an dem erfreuen, was man den Instant-Revisionismus nennen könnte. Noch hat sich der Rauch der Ereignisse nicht verzogen und schon beginnen Dutzende von Verschwörungstheorien, die offizielle Darstellung zu revidieren. Und das gehört mit zu dem Basis-Repertoire von Verschwörungstheorien. Wir wissen eigentlich noch gar nicht viel. Es ist aber etwas passiert, das uns alle irgendwo angeht. Es ist ein gesellschaftlicher Bruch da. Es ist eine große Krise da. Und das Erste, was wir eigentlich haben, sind ein paar offizielle Darstellungen. Und dann kommen sofort eine Vielzahl von Verschwörungstheorien, die ich aber unter Anführungszeichen setzen will. Was ich auch dann am Ende des Vortrags erklären werde, warum. Wenn wir jetzt hinschauen, was sind eigentlich die gängigsten Verschwörungstheorien, die wir jetzt gerade haben? Dann ist einiges schon vom Herrn Scholl erwähnt worden. Das Virus wurde in Laboren gezüchtet. Das hat mit der 5G-Technologie zu tun. Bill Gates hat alles bereits vorhergesehen und steckt irgendwo dahinter. Ist im Zusammenhang mit der WHO. Ist im Zusammenhang mit der Familie Rothschild. Dann gibt es einige, die sagen, Viren gibt es gar nichts. Dann gibt es ganz viele Theorien, die richten sich gegen die Disziplinierung und gegen die Unterjochung des Staates. Wenn man jetzt genau hinschaut, haben eigentlich alle diese Theorien relativ wenig miteinander zu tun, bis auf das, dass sie jetzt in der Corona-Zeit aufgekommen sind. Wichtig ist aber hier zu betonen, alle diese Theorien bauen bereits auf einem kulturellen Archiv auf. Die sind nicht neu. Bill Gates ist schon seit Längerem im Visier von verschiedensten Menschen. Auch ein George Soros, den ich jetzt gar nicht erwähnt habe, der vor allem in der sogenannten Migrationskrise eine sehr große Rolle gespielt hat. Die Technologien, Überwachung und Strahlen und so weiter, sind alles Dinge, die sind alle schon da gewesen. Die werden jetzt durch diese Krise kanalisiert. Man kann damit humoristisch umgehen, indem man zum Beispiel dieses große Bild nimmt, wo man dann sagt, ja, das eigentliche, das Zentrale war dann immer dann noch das, was dann da rausgekommen ist, ist aber der falsche Weg. Wir müssen Verschwörungstheorien in dieser Form genauso, wie sie jetzt sind, als demokratiepolitisches und gesellschaftliches Problem sehr ernst nehmen. Warum? Was ist die große Problematik bei diesem Thema? Wir haben es zu tun in dieser Zeit und es ist nicht die Corona-Zeit. Es hat schon viel früher begonnen. Wahrscheinlich hat es mit 9-11 begonnen. Man müsste aber noch genauer zeithistorisch hier einmal nachschauen. Es ist ein großer Vertrauensverlust in etablierte Systeme vorhanden. Es ist ein großer Vertrauensverlust in sogenannte Mainstream-Medien da. Staatliche Institutionen werden angegriffen und eben sogenannte Experten, denen man vorwirft, dass sie eigentlich Teil des Komplotts sind. Die Problematik dieser vier Punkte besteht dann darin, wir haben ein Gemisch, einen Vertrauensverlust, den gibt es schon länger. In der Krise ist es jetzt so, dass eine Art von Sinnsuche natürlich beginnt. Menschen werden arbeitslos, können sich Dinge nicht mehr erklären. Es sind die sogenannten Times of Uncertainty, also diese Unsicherheitszeiten. Da wissen wir aus der psychologischen Verschwörungstheorieforschung, dass das genau diese Zeiten sind, wo Verschwörungstheorien eine sehr, sehr große Rolle spielen. Also Vertrauensverlust, Sinnsuche und, und das ist leider ein wirkliches Problem, die Etablierung von sogenannten Gegenöffentlichkeiten im Sinne von sogenannte alternative Medien, andere Medien, andere Fakten, alternative Fakten und so weiter und so fort. Grundsätzlich ist es so, was wir festhalten müssen ist, Verschwörungstheorien gab es durch die ganze Menschheitsgeschichte durch. Verschwörungstheorien gehören zum Menschsein in Krisen dazu. Bedeutet für uns, die wir in der Forschung uns schon lange damit beschäftigen, ist das Thema überhaupt nicht neu und uns ist einer klar, und uns war von Anfang an klar, dass das Ganze aufgekommen ist, hier wird es jetzt eine Vielzahl von Verschwörungstheorien geben. Wenn wir uns nur ein paar historische Beispiele anschauen, dann ist man erstens vielleicht erstaunt, dass teilweise sich die Leute schon im 14. Jahrhundert gleich geäußert haben, andererseits sieht man eben genau diese Phänomene, genau diese Antworten auf eine bestimmte Krise. Von Carlo Ginzburg, der das beschrieben hat, im 14. Jahrhundert gab es eben dieses Gerücht oder die Verschwörungstheorien, Juden und Leberkranke, angeführt vom mächtigen Emir von Grenada, hätten sich gegen die Christen verschworen und dann bewusst Quellen und öffentliche Brunnen zu vergiften. Und in diesem Gerücht sehen wir bestimmte Urformen des westlichen Verschwörungsdenkens. Antisemitismus, Antijudaismus, Antislamismus, die wir hier stark finden, und eben die Krankheit. Und wenn wir genau hinschauen, Versatzstücke von der Migrationskrise haben sich jetzt erhalten, sehr stark im Hintergrund, im Kontext, finden wir antisemitische Versatzstücke in diesen Verschwörungstheorien, Familie Rothschild und so weiter und so fort. Und eben auch das mit der Krankheit waren immer schon sehr große Themen, die wir im westlichen Denken drin hatten. Es gibt noch eine Vielzahl von anderen Beispielen. Denken Sie an die Pest im 14. Jahrhundert oder hier jetzt im 17. Jahrhundert. Oder eben die in den Medien jetzt sehr stark immer wieder rezipierte spanische Grippe, die sogenannte, oder eigentlich die Grippepandemie von 1918 mit mehreren Wellen, wo es eigentlich, früher war das dann die deutsche Grippe zwischenzeitlich einmal, und es hat verschiedene Benennungen gegeben und verschiedene Theorien über den Ausbruch dieser Krise. Das heißt, es ist eine normale menschliche anthropologische Reaktion, mit der wir aber umgehen lernen müssen. Die wichtigsten Fragen, die wir uns insgesamt stellen müssen, als Gesellschaft, als demokratisches System, sind Verschwörungstheorien jetzt ernst zu nehmen oder doch ein randständiges Phänomen? Sind es also doch eher Querköpfe? Sind es eher Leute, die am rechten Rand sind? Oder eben auch am linken Rand sind? Hat nichts mit der Mitte zu tun? Das ist die erste große Frage, die wir uns stellen müssen. Die zweite große Frage ist, wieso misstrauen eigentlich so viele Menschen den sogenannten Mainstream-Medien und etablieren eben Gegenwahrheitssysteme? Und das sind ganz entscheidende Fragen, die für unser Zweitalter stehen. Und die ganz entscheidenden Symptome eines wahrscheinlichen Problems, gehe ich wieder zurück des Vertrauens in bestimmte Medien. Aber versuchen wir uns zuerst einmal der ersten Frage zu nähern. Wenn wir genau hinschauen, und es zeigen uns quantitative Untersuchungen sehr stark, ich habe nur eine genommen, es gibt noch viele, viele andere, die ganz klar einfach zeigen, Verschwörungstheorien sind extrem stark verbreitet. Das heißt nicht, dass jede Verschwörungstheorie sehr stark verbreitet ist, aber zum Beispiel diese Verschwörungstheorie, die besagt, dass John F. Kennedy zum Beispiel wahrscheinlich von CIA oder sowas ermordet wurde, und das glauben über 50 Prozent aller Amerikaner, besagen zumindest diese quantitativen Studien. Dann gibt es noch verschiedenste andere, wo man sehen kann, okay, das nimmt dann auch wieder ab. Wenn das Ganze sehr stark in den Extremismus geht, wird das Ganze wieder weniger. Aber wir gehen davon aus, dass das Ganze auch in Kontinentaleuropa ganz ähnliche Auswüchse hat. Das heißt jetzt nicht übertrieben überspitzt, dass jeder Zweite an Verschwörungstheorien glauben muss. Das heißt aber, dass ganz viele irgendwo an Verschwörungen glauben und Verschwörungstheorien grundsätzlich eigentlich irgendwo zum Menschsein eben hier dazu gehören. Das heißt, diese Randständigkeit ist an sich schon mal nicht gegeben. Was ist jetzt aber nun eine Verschwörungstheorie, um es nur mal auf den Punkt zu bringen, damit wir auch wissen, wie unser Gegenstand überhaupt funktioniert. Und das ist an sich schon mal gar nicht so leicht, aufgrund von verschiedensten Problemen, die auch ganz am Ende nochmal vorkommen werden vom Vortrag. In der Forschung gibt es so einen Konsens, wo man sagt, es gibt drei Grundannahmen. Nichts ist, wie es scheint. Also das heißt, im Endeffekt haben wir eine offizielle Erzählung vor uns und wir gehen davon aus, dass der Schein trügt und schauen dann hinter die Kulissen, unter die Oberfläche und finden dann einen anderen Zusammenhang. Also alles ist dann miteinander verbunden. Da finden wir dann einen Bill Gates, wir finden eine Familie Rothschild, wir finden eine WHO, wir finden ein Impfmittel, wir finden ganz viele verschiedene Dinge und sehen dann auf einmal Zusammenhänge. Und die fast wichtigste Bedingung ist dann, wo wir Verschwörungstheorien haben, ist, es gibt keine Zufälle. Wir haben es mit einem planvollen Handeln zu tun. Und sogenannte Verschwörungstheoretiker erkennen eben durch ihre Verschwörungstheorien einen Plan und durch diesen Plan zeigt sich eben, wer die Welt beherrscht. Und es gibt jetzt mehrere Erklärungen. Ich bin ein Fan als Historiker dieser narrativen Erklärungen, wo man eben auf sowas zum Beispiel, das wäre so ein narrativer Kern, wo wir sagen können, eine Gruppe von Verschwörern plant, die Weltherrschaft ist manchmal ein bisschen zu viel, aber die Macht an sich zu reißen, diese Gruppe arbeitet im Verborgenen, also es ist ein Geheimnis dahinter. Es ist ein unlauterer Charakter, der dahinter steckt. Diese Gruppe ist eine Elite oder ist verbunden mit Eliten. Erklärt wird meistens ein Zustand, ein Ereignis oder eine Entwicklung, welche von dieser Gruppe eben bewusst herbeigeführt wurde. Und es zeigt sich eben immer diese Frage, cui bono, wem nutzt denn diese Krise? Und wenn man jetzt genau die mediale Berichterstattung, diese Berichterstattung auch in den sogenannten alternativen Medien anschaut, dann sehen wir ganz stark, in dieser Zeit jetzt dreht sich wahnsinnig viel um diese Frage des Sins, um diese Frage des cui bono, wem nützt diese ganze Krise? Wer hat denn da etwas davon? Und gleichzeitig geht es ganz stark eben auch um diese bösen Motive, die im Hintergrund irgendwo da sind. Das Interessante ist bei dieser Definition klarerweise, es ist offen. Es könnte auch ein James-Bond-Movie sein. Es muss keine Verschwörungstheorie sein. Es ist auch eine Möglichkeit, dass man auf solche Zusammenhänge stößt, ohne dass noch alles verschwörungstheoretisch ist, aber es sind zumindest Ausprägungen vorhanden. Michael Butter, der in Deutschland sehr, sehr bekannte Amerikanist und Angliste, der sich mit Verschwörungstheorien beschäftigt hat, Verschwörungstheorien zum Beispiel auf diese Art und Weise definiert, der Definition stimme ich auch sehr stark zu. Hier geht es auch wieder darum, es geht um diese Planbarkeit von Geschichte. Wenn es so ist, dass eben immer alles schon planbar ist und es ein bewusstes Zuschreiben ist einer Elite, wenn man diesen Plan dann entdeckt, mit den verschiedenen Merkmalen, dann deutet alles darauf hin, dass wir es hier nur mit einer Verschwörungstheorien zu tun haben. Dann gehen wir auch von diesem berühmten kritischen Denken weg, was völlig unproblematisch ist. Wir werden oft in der Forschung immer kritisiert, weil wir sagen, alles beginnt mit nichts ist, wie es scheint. Es gibt eine offizielle Darstellung. Dass dann viele Leute zu uns sagen, aber das heißt ja, dass ihr immer wollt, dass es nur die offizielle Darstellung gibt. Das stimmt nicht. Man darf jederzeit die offizielle Darstellung kritisieren. Aber wenn man das Ganze dann immer weiter und weiter in diese Planbarkeit, sinistres Komplott, geheime Kopierungen im Hintergrund haben, dann wird das Ganze dann langsam, aber sicher verschwörungstheoretisch. Noch ein bisschen mehr dazu. Verschwörungstheorien haben es mit sogenannten stigmatisierten Wissen zu tun. Das ist ein Wissen, das offensichtlich von Elitem, dem Volk, enthalten wird. Das heißt, ganz viele Verschwörungstheoretiker wiederum unter Anführungszeichen begeben sich auf die Suche nach diesem Wissen. Und wo sie das dann finden, wie sie das alles zusammentragen, das sind dann ganz oft diese Dinge, die man in Verschwörungstheorien dann findet. Die prozentige hier, Zahlenangaben, da, da, das, da, das, da, das und die große Erzählung, die sich dann rundherum bildet. Des Weiteren ist es so, dass wir in Verschwörungstheorien immer einen ganz starken Bezug auf die Wahrheit haben. Und damit tun sich natürlich jetzt Wissenschaft sehr schwer. Verschiedene Perspektiven, Multiperspektive, dieses Wahrheit an sich, schwieriger Begriff, ist schon in der Philosophie ein schwieriger Begriff. Für Historiker ist es nochmal wesentlich schwieriger. Und es ist ganz häufig so, wir finden dann Videos auf YouTube zum Beispiel, die da heißen, die Wahrheit über das Virus, die Wahrheit über das, die Wahrheit über Merkel und wie die ganzen Videos dann heißen, die dann wirklich auch geklickt werden. Das heißt, wir haben es hier auch mit einem ganz großen Spiel, um Wahrheit zu tun. Entstanden ist dieses Ganze ganz stark mit dem 9-11-Movement, wo man wirklich so diese kulturelle Richtung sehen, wo sich dieses sogenannte postfaktische Zeitalter aufgebaut hat. Und das ist nur, damit sie auch das als Information haben. Und hier wurde immer eben diese Frage gestellt, was ist jetzt diese Wahrheit? Und hier haben sich einfach diese Truth-Movements auch in dieser Form gebildet. Sind dann Verschwörungstheorien eigentlich dasselbe wie Fake News? Der zweite große Begriff, der an diesem Zusammenhang immer fällt. Und hier muss man von der Forschung immer sagen, nein, es ist nicht dasselbe. Streng genommen gibt es einige Unterschiede. Grundsätzlich ist es so, bei Verschwörungstheorien brauchen wir schon diese Unlauteren, die bösen Motive im Hintergrund. Die Freimaurer, die Illuminaten, die Juden und verschiedenste Rothschilds, andere Gruppierungen, Bill Gates mit der WHO im Zusammenhang, die da sind. Und Fake News machen das eigentlich nicht, sondern die verbreiten eigentlich bewusst falsche Informationen. Das ist eine andere Herangehensweise an das Ganze. Der Produzent von Fake News ist sich normalerweise ja ganz klar, dessen auch bewusst, dass das eben falsch ist. Jemand, der eine Verschwörungstheorie oder seine Wahrheitstheorie in die Welt setzt, und selbst daran glaubt, ist alles andere als jemand, der Fake News produziert. Sind aber Fake News in einem System im Einsatz, wo das Ganze bewusst gesteuert wird, dass man eben desinformiert und das Ganze dann macht, im Sinne von Verschleierung und so weiter, dann gleicht das Ganze wieder sehr stark dem. Wenn wir zum Beispiel ganze Regime haben in der Politik, gibt es das relativ häufig, die bewusst eben Verschwörungstheorien von oben streuen und das Ganze mit Fake News garnieren, dann ist das wieder sehr, sehr wesensähnlich. Aber man muss es grundsätzlich wirklich auseinanderhalten. Die zweite große These ist klarerweise dann die, ist von Wolfgang Wippermann übernommen. Es gehört einmal dazu, Verschwörungstheorien und Krisen. Und dieser Zusammenhang ist einfach noch viel stärker noch mal zu sehen. Krisenzeiten sind verschwörungstheoretische Zeiten. Einfach aus dem Grund heraus, weil der Mensch in diesen Krisen häufig dazu tendiert, eben ganz bewusst auf eine Suche nach Sinn zu gehen. Und Verschwörungstheorien liefern nun mal eine erste. Die ist gar nicht so einfach, diese Antwort, aber zumindest eine Antwort auf die Krise. Wenn wir uns das genauer anschauen, diese Krise, wo dieses ganze Symptom eigentlich herkommt, dann müssen wir doch noch mal auf dieses postfaktische Zeitalter zum Sprechen kommen. Im Deutschen ist es eigentlich nicht sehr schön übersetzt. Post-Truth, wie es im Englischen eigentlich ist, wäre die schönere Übersetzung. Das Interessante ist, es ist einerseits zum Wort des Jahres gewählt worden, andererseits ist alternative Fakten einmal zum Unwort des Jahres gewählt worden. Und was geht es eigentlich? Schlussendlich, um das bildlich auf den Punkt zu bringen. Einerseits haben wir hier die Inaugurationsfeier von Barack Obama und hier haben wir die Inaugurationsfeier von Donald Trump. Und es ist eben behauptet worden damals, das war die größte Feier und es war emphatisch und so viele Leute waren da und so weiter und so fort. Es sind also durch das Plakativ in das Zeitalter eingetreten, wer lügt schöner? Welche Lüge ist besser? Und welche Fakten kann ich mir besser zurechtbiegen? Und das ist dann immer dieses Signum des postfaktischen Zeitalters. Und das ist das, was einfach eine große Problematik mittlerweile einfach darstellt. Das ist nochmal eine narrative Erklärung dazu. Gerade bei Trump ist das Ganze einfach sehr, sehr auffällig. Wir haben also einen extremen Riss durch eine Gesellschaft durch. Es gibt die Trump-Anhänger, es gibt die Trump-Gegner und die können nicht mehr miteinander reden, weil sie sich gegenseitig ausschließen. Hier ein Wahrheitssystem, hier ein Wahrheitssystem. Es passt dann nicht mehr zusammen. Das heißt, es gibt einen gesellschaftlichen Riss und das wird durch Verschwörungstheorien auf jeden Fall sehr stark unterstützt. Verschwörungstheorien in Krisenzeiten haben sehr stark zu tun mit dem Verlust einer bestimmten Identität und mit dem Verlust einer gesellschaftlichen Bindung. Es geht um Deutungshoheiten, es geht um Diskurse, Erzählungen und so weiter und so fort. Und wenn diese Bindungen dann fallen und das ist in Krisenzeiten zum Großteil der Fall, man sitzt noch daheim im Homeoffice, hat viel mehr Zeit, auch andere Dinge anzusehen und dann kommt man auf bestimmte Probleme dann drauf. Man liest mehrere Quellen, man hat ganz viel Multiperspektivisches, was an sich ja nicht schlecht ist, aber es kann zum Großteil auch dazu führen, dass das Ganze eben dann in einem verschwörungstheoretischen System umkippt. Oder immer zum Beispiel durch alternative Fakten dann auf andere Experten oder epistemische Autoritäten kommt, die dann auch auf einmal eine große und wichtige Rolle spielen. Und hier ist übrigens eine große Kritik bei den Medien teilweise zu sehen. Es werden dann konventionelle Sichtweisen gegenübergestellt mit relativ extremen Sichtweisen und dann gibt es zwei Experten und die Experten sind dann auf einer gleichen Ebene zu sehen. Das ist eine sogenannte falsche Balance, die man eigentlich sehr stark verhindern müsste. Wir wissen aus der Forschung über Verschwörungstheorien, wie Uchinski und Perrin dazugegeben, die Befürwortung von Verschwörungstheorien gehen einher mit dem Gefühl vermindeter Kontrolle und mit dem Gefühl wahrgenommener Bedrohung. Deswegen ist es umso klarer, warum das gerade jetzt in dieser Zeit so stark sichtbar ist und warum wir auch viele Menschen haben, die jetzt auf die Straße gehen und einfach ihrem Ärger auch kundtun. Das Problematische an Verschwörungstheorien ist aber, dass sie kein Element der Erlösung bieten. Nur wenn man dann Verschwörungstheorien hat, hört das Ganze ja nicht auf. Sondern das Ganze muss ja dann weiter und weiter gehen und das Gefühl der Unzufriedenheit und der Ohnmacht kann sich in dieser Form sogar noch steigern. Ganz kurz, das mache ich aber wirklich nur ganz kurz, das können wir gerne in der Diskussion ein bisschen mehr noch besprechen. Grundsätzlich ist es so, es wird immer wieder behauptet, das Internet ist, alles hat sich verändert durch das Internet, es ist alles viel verschwörungstheoretischer geworden. Das ist nicht richtig. Historische Wochen, wenn man genauer hinschaut, waren immer so sehr stark verschwörungstheoretisch aufgeladen, sehr starke konspirationistische Züge hat zum Beispiel die amerikanische Politik ab 1776. Es geht dann über Jahrhundert hinweg durch und dann werden erst Verschwörungstheorien stigmatisiert und jetzt sind sie wieder mehr gekommen. Was das Internet bewirkt hat, was Social Media bewirkt hat, ist einerseits ganz klar, wir können so etwas wie Fakten sehr schnell zu uns selbst zusammenzimmern. Die Sichtbarkeit ist wesentlich höher und die Communities können relativ stark geschaltet werden. Das war so eine Möglichkeit, die es vielleicht vor dem Zeitdaten des Internets nichts gegeben hat. Wir können jetzt auch wesentlich schneller natürlich verschwörungstheoretische Informationen verteilen und genauso Fake News kann man mit einem Mausklick verteilen. Das ist jetzt eine große Gefahr, auf die ich dann noch kurz eingehe, die man wirklich versuchen müsste, etwas einzudämmen. Ich habe ein paar Beispiele verwendet, die Sie vielleicht nicht kennen. Ihr bewusst nicht die berühmten deutschen Seiten à la KenFM und so weiter verwendet, sondern wenn man sich zum Beispiel diesen Phänomen über Wikipedia, also das Informationsmedium, wo aber auch ganz, ganz viele Leute und immer wieder reinschaut, hineingeht, dann gibt es zum Beispiel auch eine sehr stark rechtsextremistische Wikipedia, die Metapedia heißt. Und die sich einfach, dann haben wir auch wieder dieses System. Wir können ganz schnell, die Seite ist teilweise verboten, in Österreich ist sie nicht verboten. Deshalb nehme ich sie immer als Beispiel. Und man kann durch bestimmte Eingaben im Internet, findet man ganz schnell, kommt man auf einmal auf Metapedia und ist weg von Wikipedia und hat auf einmal ein rechtsextremes Gedankengut dann da, das sehr stark mit Verschwörungstheorien operiert. Und das sind so wiederum diese kleinen, nicht die kleinen, das sind die großen Gefahren, die durch diese Offenheit des Wissens, durch das Internet passieren können. Nicht müssen, aber können. Die Frage ist dann, wie kann man überhaupt damit umgehen? Wo gibt es dann etwas, wo man vertrauen kann? Und das Problem ist natürlich, das journalistische Gatekeeping ist im Internet aufgelöst. Und die sogenannten alternativen Medien können dann den anderen Medienvertretern vorwerfen, ihr seid gekauft, ihr gehört zum System, hinter euch steht ja die WHO, hinter euch steht Bill Gates. Wenn man in vielen Videos dann liest, die Zeit ist gesponsert von Bill Gates mit so einem hohen Geldbetrag und die ganze Meinung, die dort drin steht, ist eigentlich nur von Bill Gates gesteuert. Was eine hochproblematische Meinung ist. Trotzdem gibt es diese Fragen, die man eigentlich gar noch nicht so richtig beantworten können. Es braucht ja noch sehr viel Forschungsressourcen und Zeit und Projekte. Warum werden dann diese Interviews eigentlich auf diesen alternativen Medien mit so vielen Klicks versehen? Warum haben die eine so große Anhängerschaft? Und das muss man sich auf jeden Fall genauer anschauen. Es gibt verschiedenste Gründe, die mit diesem Vertrauensverlust zusammenhängen und sicherlich auch die darin liegen, dass wir sagen können, diese Demokratisierung durch das Internet 2.0 und diese Pluralisierung des Wissens hat eben auch negative Konsequenzen. Und die gehört sicherlich dazu, gehört sicherlich, dass es eben zu einem großen Misstrauen in althergebrachte Wissenssysteme gekommen ist. Das Ganze hat sich sehr stark beschleunigt. Das können wir sagen. Wenn wir genau hinschauen, können ganz viele Studien von Medienwissenschaftlern beweisen, dass sich Gerüchte wesentlich schneller verbreiten durch Social Media, wie das überprüfte Informationen tun. Eine große Studie war über den Zika-Virus. Es gibt eine ganz andere Studie, wie es jetzt ganz neu über Impfgegner, wo ganz bewusst aber falsche Informationen, also nicht Impfgegner im Sinne von ich bin gegen die Impfpflicht, sondern Impfgegner, die ganz andere Dinge sagen, die ganz bewusst verbreitet worden sind und die sich über den ganzen Globus einfach gespannt haben. Das Ganze ist dann durch das Netz angepasst worden, durch rhizomartig, ganz unterschiedliche Verzweigungen. Und da ist dann ganz, ganz viel an Gerüchten extrem schnell verbreitet worden. Und das ist durchaus ein Problem, weil die Gerüchte sehr schnell da sind und dann ist es diese andere Seite, die dann versucht, das Ganze richtig zu stellen, ist immer im Hintertreffen und das ist eine große Problematik. Die andere Seite ist die, viele Wissenschaftler sind eigentlich der Meinung, dass wir heutzutage in Zeiten leben, die gar nicht mehr so stark verschwörungstheoretisch sind, wie es eigentlich damals zum Beispiel im 18. Jahrhundert war, aber eben die Sichtbarkeiten sind sehr stark erhöht worden. Und, und das ist etwas, das können wir noch nicht richtig beantworten, nur weil jemand ein verschwörungstheoretisches Video, einen Content verbreitet über Facebook, über andere Social Media, heißt das ja noch lange nicht, dass diese Geschichte eigentlich gebilligt wird. Das heißt noch lange nicht, dass derjenige, der es verbreitet, selbst als Verschwörungstheoretiker zu bezeichnen ist. Man kann das auch verbreiten, weil einem langweilig ist. Gibt es eine Studie dazu, wird ganz häufig dann auch als Grund angegeben, ich war langweilig, ich habe es verbreitet. Man kann es verbreiten, weil man es humoristisch nimmt. Da haben wir noch ein paar Probleme, wo man relativ schwer sagen können, was eigentlich passiert, wenn man das Ganze nur verbreitet. Nun zum Begriff an sich. Das Problem ist, Verschwörungstheorie wird ganz häufig politisch, medial und so weiter als Totschlagargument verwendet und es schwingt immer etwas Negatives, Pejoratives mit. In der Forschung sind wir uns dessen vollkommen bewusst und tun uns mittlerweile schwer, den Begriff überhaupt noch zu verwenden, gerade weil das dann immer so aufgefasst wird. Und wenn man dann Verschwörungstheoretiker sagt, dann ist jemand schon ins Eck gestellt und dann wird das alles schon aus unglaubwürdig dargestellt und dann ist dann immer die offizielle Meinung richtig. Das ist problematisch. Gerade wenn man denkt, dass da Erfahrungen der Diktaturen kommen und aus dem Totalitarismus, das wäre natürlich ein Riesenproblem, wenn man einfach immer alle Leute, die einfach nur die offizielle Meinung hinterfragen wollen, sofort priorativ mit einem Begriff aufladen. Wir haben aber noch keinen besseren Begriff gefunden. International hat sich der Begriff durchgesetzt. Es ist mir nur wichtig zu betonen, dass wir in der Forschung uns diesem Problem einfach sehr bewusst sind. Dann gibt es noch Forschungsprobleme. Es hat lange Zeit diesen Ansatz gegeben, der hat geheißen Pathologie, Paranoia, der Paranoid-Style von Richard Hofstetter. Da ist das Ganze wirklich so ein bisschen mit Psychopathologie begriffen worden. Hier hat man dann die Leute, die in Verschwörungstheorien glauben, in das Paranoia gestellt. Das Ganze ist natürlich nicht schlichtweg falsch. Es gibt natürlich in den extremen Ausprägungen, gibt es sowas wie Paranoia. Aber wie wir es schon gesehen haben, wenn wir es mit einem Phänomen zu tun haben, wo knapp 50 Prozent zumindest an eine Verschwörungstheorie, nicht an Verschwörungstheorien, an sich glauben, dann würde man einem 50 Prozent einer ganzen Bevölkerung eigentlich unterstellen, sie hätten Paranoia. Und das ist dann etwas, was wiederum auch zum Auseinanderdriften von Gesellschaft, Auseinanderdriften von zwei Wahrheitssystemen führen kann. Wird mittlerweile in der Forschung in dieser Form nicht mehr gemacht. Oder aber es gab den Ansatz von Joseph Parent und Oczenski, die eigentlich sehr führend sind in dem Bereich, aber die haben das so amerikanisch auf diesen Punkt gebracht. Conspiracy Theories are for losers. Und haben dadurch auch wieder eine Vielzahl von Leuten dann einfach erzürmt. Nur ein kurzer Ausblick, aber das machen normalerweise Psychologen. Wer glaubt dann eigentlich an Verschwörungstheorien? Das ist sehr schwierig zu sagen. Wir sehen, am linken und am rechten Rand finden wir eine viel höhere Akzeptanz für Verschwörungstheorien. Am rechten Rand ist es höher, sagen die psychologischen Studien. Das heißt jetzt aber nicht dringend etwas, dass das ein sehr starkes rechtes Phänomen ist, weil es links auch ausgeprägt ist. Das kann auch bedeuten, dass viel mehr Studien auf den rechten Bereich hin gemacht wurden. Aber zumindest ist es klar, dass es hier schon eine Ausprägung gibt, vor allem im Extremismus. Und in der Mitte wird das Ganze weniger. Wir sehen auch, es gibt Bildung, kann etwas damit zu tun haben, muss, nicht, kann. Und interessanterweise ist es auch bei Männern und Frauen so, dass man noch gar nicht viel sagen kann. Es gibt keine sehr starken Ausprägungen. Das ist nur so, was wir probiert haben in einem größeren Projekt. Ich stelle aber nicht im Genauen vor. Das war das Projekt Comparative Analysis of Conspiracy Theories. Über 150 Wissenschaftler aus knapp 40 Ländern haben wir wirklich versucht, uns diesem Phänomen aus unterschiedlichen Perspektiven zu nähern. Wir haben das Ganze dann in einem großen Buch jetzt der Öffentlichkeit vorgestellt. Da war alles noch vor Corona. Das ist das Rodley Chan Book of Conspiracy Theories, wo wir einfach auf 700 Seiten dargedeckt haben, was alles mit diesem Phänomen wirklich in Beziehung steht, was man vielleicht machen kann, wo sich das Ganze hin entwickeln wird. Und es war auch schon, als wir das geschrieben haben, klar, dieses Phänomen war auch damals schon hochkonjunkturell. Durch die Corona-Krise hat es jetzt etwas verschärft, aber es war auch damals schon ganz klar, dass das ein Thema sein wird, dass einfach sehr viele Leute, dass einfach ein problematisches Thema oder Phänomen ist für eine Gesellschaft, wo man wirklich bewusst auch schauen muss, wie kann man damit umgehen. Was hilft? Ist so eine Frage. Das sind die letzten Dinge, die ich mir jetzt noch mit Ihnen anschauen werde. Was hilft? Das ist ganz schwierig. Es gibt unterschiedliche Dinge. Wir stellen das teilweise schon gar nicht mehr vor. Weil das ist dann das, helfen Fakten. Ja, Fakten können helfen, muss man aber ganz differenziert sehen. Bei manchen Menschen hilft es, bei manchen hilft es gar nicht mehr. Wie ist das, wenn man jemanden lächerlich macht, der an Verschwörungstheorien glaubt? Gibt es Studien, die sagen, ja, hilft. Andere sagen, nein, dann verdichtet sich die Verschwörungstheorie sogar. Sehr, sehr schwierig. Es gibt ein paar Ansätze, wo man sieht, es kann besser funktionieren. Einen dieser letzten möchte ich einmal kurz vorstellen. Das wird zum Beispiel jetzt nur noch mal zur Unterscheidung von Fake News. Das können wir jetzt aber übergehen. Sondern das ist das von Stephen Lewandowski und von John Cook, die sich einmal noch mal bewusst aufgrund ihrer großen Erfahrung in psychologischen Studien und in der Arbeit mit Studenten, Jugendlichen und so weiter festgestellt haben, eine gibt es sieben Merkmale, die Conspire heißen, die man noch einmal auf diese ganzen Narrative anwenden kann. Man muss also sich bewusst Narrative anschauen, man muss sich bewusst sogenannte Verschwörungstheorien anschauen und schaut sich eben dann an, finden wir Widersprüchlichkeiten? Finden wir einen sogenannten Generalverdacht? Findet man sowas wie üble Absichten oder diese Behauptung, dass etwas nicht stimmt? Haben wir jemanden in einer Opferrolle? Gibt es eine Art von Immunität gegen Beweise? Oder werden eben Zufälligkeiten überinterpretiert oder uminterpretiert, dass es eben kein Zufall mehr war? Um das noch ein bisschen genauer darstellen zu können, ist so Widersprüchlichkeit, das ist etwas, das finden wir sehr häufig. Lewandowski nimmt immer die Prinzessin-Diana-Theorie her, wo man sagt, es gibt Theorien, in der der einen wird behauptet, Diana wurde ermordet, in der anderen heißt es, der eigene Tod wurde vorgetäuscht. Wir haben ganz viele verschiedene Widersprüchlichkeiten einfach drin, wo wir eines sagen müssen, rational wäre das Ganze abzulehnen. Dann gibt es sowas wie einen Generalverdacht, eben die offizielle Darstellung ist einfach falsch. Nochmal, heißt nicht, dass die offizielle Darstellung nicht falsch sein kann, heißt nicht, der Herr Scholler hat das schön gesagt, man darf natürlich gegen die Maßnahmen etwas haben, sachlich begründet. Das macht überhaupt gar nichts. Man kann auch wissenschaftlich, weil das ein großer Disput ist, die Corona-Krise und es verschiedenste Ansichten dazu natürlich gibt, weil man über das Phänomen noch so wenig weiß, auch das darf man natürlich sagen, wenn man sachlich begründet. Das ist aber ein Unterschied, wenn man immer dann schon weitergeht, dann gibt es dann die üblen Absichten und das Ganze geht eben dann wieder weiter. Das stimmt nicht, die Opferrolle eben, diese Immunität gegen Beweise und Fakten, die gibt es ja dann teilweise schon und eben auch das mit den Zufälligkeiten. Wir müssen uns überhaupt, das ist in diesem Wellpild, das sehen wir durch diese Menschheitsgeschichte durch. Zufälle ist offensichtlich etwas, womit sich Menschen sehr schwer tun. Erstens einmal in dieser Verarbeitung und eben das bestimmte Dinge einfach aufeinandertreffen, wo etwas ganz zufällig einfach leider passiert ist. Lewandowski hat auch gezeigt, und das ist etwas, wo er einen Erfolg hatte, wenn man sich diese Nachrichten, bevor man sie eben verbreitet, bevor man sie weiterschickt, dass man einmal kurz überprüft, kennt man überhaupt die Nachrichtenagentur, wo diese Meldung herkommt? Kommt es von ganz einer komischen Quelle? Da könnte man einmal kurz nachschauen, wer sind denn die Leute, die das Ganze verbreitet haben? Dann dieser zweite Check, erscheinen die Informationen in der Meldung überhaupt als glaubwürdig? Kann man auch, muss man selber wieder checken und schauen, na ja, ist eine relativ schräg, müsste man nochmal weiterschauen. Ist eigentlich das Ganze in einem Stil geschrieben, den man von einer professionellen Nachrichtenagentur erwartet? Ist das Ganze polemisch? Ist das Ganze in angriffiger Haltung? Müsste man auch genau hinschauen? Und ist dieser Beitrag, muss man auch genau hinschauen, vielleicht auch politisch motiviert? Das ist irgendwo ganz klar eine Partei im Hintergrund und andere Dinge. Lewandowski hat durch diesen einfachen Test zeigen können, dass sich dadurch falsche Vorstellungen über den Klimawandel viel weniger verbreitet haben in dem Gebiet, wo er gearbeitet hat. Dementsprechend kann man sagen, das ist etwas, was zumindest helfen würde. Quellenkritik, multiperspektivisches Denken, nachschauen, bevor man etwas verbreitet, nachdenken, bevor man etwas verbreitet und ganz bewusstes Nachschauen. Schlussplan. Welche Lehren kann man eigentlich aus dieser Krise wahrscheinlich ziehen, vor allem was Verschwörungstheorien betrifft? Man kommt drauf, gerade wenn man als Wissenschaftler damit beschäftigt ist, ist man immer wieder erstaunt über was dann in der Gesellschaft los ist, über das dann Hassmails kommen, das verschiedenste andere Dinge sind, werden wir uns immer bemühen in der Wissenschaft, so gut es geht, ein Phänomen zu beschreiben, ein Phänomen zu verstehen. Es ist gar nicht so sehr unsere Aufgabe, dagegen etwas zu unternehmen. Unsere Aufgabe ist es eher, das Ganze zu verstehen. Und da gibt es verschiedenste Ebenen, die dazukommen. Gesellschaftliche Ebenen, Journalisten, die dazukommen, Parteien, die dazukommen. Und das ist sicherlich eine große Lehre aus dieser Krise, dass man eigentlich nur zusammen in Solidarität versuchen kann, einem, diesem Phänomen wirklich auf die Schliche zu kommen, damit wir eben vielleicht das schaffen, dass wir erstens mehr wieder Vertrauen haben, dass es dieses Vertrauen in wissenschaftliche Expertise gibt und dass man eben auch zulassen kann, dass es multiperspektivische Antworten auf Probleme gibt, die man noch gar nicht beantworten können. Das ist auch Fragen wie das, wo kommt das Coronavirus her, wo ist das Ganze entstanden, was steckt hier alles dahinter, die man einfach teilweise noch nicht beantworten können, dass diese Fragen nicht von vornherein zu sogenannten Infokriegen führen können und sollen. Das Problem an Verschwörungstheorien ist an Sehngibungsoptionen, dass die immer schon die Antwort haben und mit denen möchte ich auch aufhören. Die Antwort ist immer, Schuld sind ja eigentlich immer die anderen und wie dieser andere ausgestaltet ist, ist immer eine Frage dann des Kontextes, wo das Ganze dann auftritt.